Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. ChatGPT zitiert und verlinkt die Financial Times Deal mit OpenAI. Industrieführer treffen Abmachung. ChatGPT unterstreicht und verknüpft Financial Times. Industrieführer treffen Abmachung. ChatGPT unterstreicht und verknüpft Financial Times. In einem aufregenden Fortschritt bei der Nutzung von Künstliche Intelligenz KI in Medien und Nachrichten haben ChatGPT ein führendes Unternehmen in der KI-Entwicklung. Financial Times, eine weltweit anerkannte Nachrichtenplattform, zitiert und verlinkt. Über ChatGPT. ChatGPT ist ein fortschrittliches KI-Dialogmodell, das von OpenAI entwickelt wurde. Es wurde darauf trainiert, menschenähnliche Textantworten zu generieren und ist in der Lage, eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen, einschließlich der Umformulierung von Inhalten, dem Beantworten von Fragen und jetzt dem Zitieren und Verlinken von Online-Artikeln. Die Bedeutung des Deals Der Handel zwischen ChatGPT und der Financial Times ist besonders bemerkenswert, da er das erste Mal ist, dass ein KI-System die Erlaubnis erhalten hat, Inhalte von einem großen Medienunternehmen zu zitieren und zu verlinken. Dies unterstreicht das wachsende Vertrauen in KI-Technologien und ihre Fähigkeit, das Medien- und Nachrichtenland zu revolutionieren. Das Vorgehen ChatGPT ist jetzt in der Lage, Artikel von der Financial Times innerhalb seiner Dialoggenerierung zu zitieren. Es kann auch absichtlich auf FT-Inhalte verlinken, um den Benutzern eine direkte Quelle für weiterführende Informationen zu bieten. Dies dient dazu, den Benutzern eine breitere Perspektive und fundiertere Hintergrundinformationen zu bieten. ChatGPT hat jedoch auch die Verantwortung, genau zu zitieren und sicherzustellen, dass die zitierten Inhalte korrekt wiedergegeben werden. Dies unterstreicht den Wert, den OpenAI auf die Einhaltung von ethischen Standards und die Gewährleistung der Genauigkeit der von ihren KI-Modellen generierten Inhalte legt. Zukünftige Aussichten für KI in den Medien Das Potenzial für KI in der Medienbranche ist enorm. Und dieser Handel ist nur ein Zeichen dafür, was noch kommen kann. Von automatisierten Nachrichtenberichten bis hin zu personalisierten Nachrichtenfeeds gibt es viele Möglichkeiten für die Verwendung von KI in den Medien. Allerdings gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit und Ethik dieser Technologien. Daher ist es wichtig, dass Unternehmen wie OpenAI und Financial Times weiterhin zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass diese Technologien verantwortungsvoll eingesetzt werden. Die Integration von KI in die Medienlandschaft ist ein aufregender Schritt vorwärts und es wird interessant zu beobachten, wie sich diese Technologien weiterentwickeln und uns auf neue und innovative Weisen informieren. Autor Anita Farke, Dienstag, 30. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.